Hallo und willkommen bei mir, Lurichi Nummer 1, mit Frau Lurichi heute als Hauptstreamer, also ich werde im Chat ein bisschen mit zuschauen, was abgeht bei euch und die Kommentare ein bisschen kommentieren. An sich sonst spielt Frau Lurichi heute. Huhu Lurichi, wie hast du das angestellt mit Frau Lurichi? Ich habe ihre Lipido gestreichelt, weißt du? Im Übrigen, like die Kiste, vielleicht traut sie sich dann beim nächsten Mal ganz alleine. Ja, Nami, die auf der Gamescom, die haben echt Probleme mit ihrem... Sorry. Stell dir mal einfach meinen Stuhl weiter runter. Na, schon schwerer Käfer, oder? Zieht man doch an mir, Otterhase. Also, du machst mir Angst. Es strahlt zweifellos etwas einzigartiges aus. I au. Was? Strahlt auch etwas einzigartiges aus? Und wer weiß, welche Wunder noch tiefer unter uns liegen. Okay. Liest du mir im Bett heute Abend auch so vor? Achso. Hä? Ich habe mich schon la... Was? Es hat aber gedauert. Ja, sorry. Immer locker durch den Schlüppi atmen. Ich versuch's, Peter. Ups. Du hast einen ganz schön warmen Hintern, weißt du das? Danke. Hilfe! Hilfe! Wieso hast du so ein dickes Horn und ich nicht, Mann? Hallo. Hallo? Oh, 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 oh. Ah, ich habe so eine Raupe am Start. Yay! Hast du sicher... Huka! Du sollst du nicht einfach jetzt eine Raupe ohne mich da... Mann! Guckst du, hä? Aber ich wollte doch die Raupe retten. Ich habe der Raupe gesagt, dass du es warst. Das reicht so, komm. Oh, hast du ein scheiß Glück! Ah, da kommt der... Das ist ja fies. Hast du es gesehen? Warte. Junge, du gehst weg von mir. Ich bin eh gleich tot. Nein, er ist tot. Nein. Nein, da noch. Warte. Scheiße. Nein. Das überlebe ich nicht. Oh Gott, er rastet. Er rastet voll aus. Das schaffe ich nicht. Was hat der gemacht? Hat er denn irgendwie Agra geschluckt oder was? Genau, schätze, ich lüfte jetzt gerade auch nicht. Ich mache das nicht auch Spaß. Dass ich dauernd verliere. Auch wenn es echt so aussieht. Ich habe ihn. Warte, warte, guck. Mach mal. Oder? Ich habe ihn nicht. Das würde ich heilen. Applaus. Wow, super. Danke, jetzt kannst du da gehen. Super. Heil dich mal wieder kurz. Ich gehe da mal die Raupe holen. Heil dich. Ich kann mich nicht. Doch, ich kann. Und nein, du holst nicht die Raupe. Ich will auch mal. Betrachten, da liegt irgendwas. Da kommt. Ah! Schrei doch nicht so. Da ist was durchgelaufen. Na Gott. Meine Güte. Er hat mich verschluckt. Ich habe eine Raupe. Yay. Die erste Raupe. Weil die andere erste hat ja mein Göttergattel schon gerettet. Wow, der springt einfach runter, der Säckel. Und stirbt. Haha. Ich weiß nicht, wohin. Baby. Also. Du weißt, wie du rumrennst. Ja. Okay, du hast auch geguckt, was man sieht und was man nicht sieht. Ja, du auch. Nein. Wo muss ich denn hin? Mann! Ja, woller. Geh. Wohin? Würdest du vielleicht nicht so vor der Kamera rumlaufen? Hallo? Soll ich mir sagen? Dann zieht doch gar nicht meinen Busen. Aber der Rest? Nein. Nee, da ist eh nichts. Ich glaube da nicht nochmal lang. Er ist nackt. Nein, bin ich nicht, um Gottes Willen. Ich habe eine Fliegelatsche. Er hat nur einen Schlüppi an. Hat er nicht. Hat er wohl. Guck, das sieht man voll. Das sind meine Wohlfusshorts, okay? Er hat eine Hotband an. Ne Arschfreie Chaps, oder was? So, genau. Wow! Der rennt da halbnackt in meinem Stream rum. Voll sein Ernst. Oh, da unten braucht was. Du hast ein Hase. Im Spiel. Mann. Nicht doch Hase. Sag mal. Da unten war ein Monster, das hat gepocht. Nicht bei mir. Wer hat jetzt was hingeflogen? Das wäre jetzt cool gewesen, wenn das nicht voll flachgelegt hätte. Wirst du mal da weg von mir, ich habe Angst. Wüssten du. Ich habe jetzt schon ein paar Mal neu ab. Ich dachte, du wärst aufgestanden. Jetzt ist es voll vorbei. Ich glaube, es wird echt Zeit, aufzuhören. Ich glaube, es wird echt Zeit, aufzuhören. Gell, da war doch ein Schatten, oder bin ich jetzt blöd? Ich bin... Du bist doch echt aufgestanden. Nur, dass du so getunnelst um. Ich bin... Wie die schreibt... Du... Sie hat auch gedacht, du stehst hinter mir. Oh Gott. Ich klinge mich nicht mehr so warm. Die Kneipe klappt einfach so lachen. Warte. Was? Oh, mir schwarm. Und ich weine. Ich will eigentlich ins Bett, aber ich werde hier vom Stream gefesselt. So soll es sein. Ruf mal einer die Leute. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Was ist denn? Oh Gott. Oh Gott. Hilfe. Warte. Ich kichere dich. Ich kichere dich in Hintergrund auch noch mit. Warte. Ich kann mich selbst nicht messen. Ich wehle total, warte. Warte mal, du bist aufzukichern. Oh, mein Bauch tut weh. Oh, jetzt ist es voll vorbei. Warte, nochmal. Ruf mal einer, die Leute mit dem Hab-mich-Lieb-Jacken. Ruf mal einer, die Leute mit dem Hab-mich-Lieb-Jacken. Oh, nur, ich geh es durch. Oh Gott. Oh Gott, ich kann echt nicht mehr. Warte. Ich komm nicht weiter mit dem Satz. Carsten, nein, die sind... Oh, mir ist so warm, warte. Carsten, nein, die sind böser bescheuert. Ich glaub, wegen dem Streifen Licht, da hinter euch leuchtet. Ja, das ist die Küche. Verdammt, ist die fertig. Oh, mein Carsten, hör mal jetzt auf. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Hör mal jetzt auf. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin gespuckt. Was hast du denn? Ah, gespuckt. Ja. Was ist das? Ich bin gespuckt, was? Warte, ich kann nicht mehr. Nein, nicht der lacht, sondern die lacht vor allem. Mir tut mein Bauch so weh. Dass hier gerade Cannabis abbrennt, oder was ist da los? Nein. Ich weine. Hier ist so warm. Habt ihr es jetzt? Ich glaube. Wenn du was Doofes reinschreibst, dann kann ich vielleicht nicht mehr garantieren, dass ich mich noch konzentrieren kann. Keine Ahnung, warum auch immer ich jetzt gerade so voll im Arsch bin. Vielleicht hat es ja... Das war bestimmt die positive Energie, Steffen. Eindeutig. Positiver kann sie doch nicht werden, oder? Mann! Weil ich nicht futzen muss! Ernsthaft? Ich verreckt 50, Mann, und es war so einfach. Ich kann nicht mehr! Ich will da nichts sagen, ich hab's gesagt, aber... Nö, ja, es tut mir leid. Warum? Warum musst du das denn so sagen? Was denn? Er macht mit dem Fremdchen im Raum Banane! Was? Es ist einfach still! Und die sagt einfach Banane! Warum? Oh Gott, mein Bauch tut so weh! Es sind ja Ananas, da sind ja alle dumm! Was tut mir leid, oh Gott! Oh Gott, ey! Ich bin so kaputt! Warte! Alle aus Steffen, sorry! Die Sarah verbraucht immer so schnell. Ananas, du wirst, weißt du, was lustiger ist? 23,4! Das war's. Kann ich mir auf. Kann ich mir auf. Das hat mir jetzt den Rest gegeben. So langsam mach ich mir Sorgen. Ich mir auch, Carsten. Hallo? Ach, das... Das ist ja gar kein Endgegner. Hallo? Das ist nur Deko. Aber die sind so süß. Oh! Das ist ja fies. Oh! Der Mann ist frech auf Instagram. Warum? Was macht er schon wieder? Was macht er schon wieder? Warum ist der frech? Warte mal. Ach so ist es! Das... Ja, da muss ich jetzt aber echt mal gucken. Das geht ja mal gar nicht. Ähm... Ist der da jetzt einfach live? Liegt der da im Schlafzimmer und ist live? Was? Was? Ich höre dich schleichen. Ich höre dich voll... Voll stopfen, ne? Mann! Da ist sie! Guck! Hier! Sie streamt live und wird geratet über Instagram, Mann! Blöd Arsch! Ihr Kommentar dazu. Ich habe deine schmatzigen Füße auf dem Boden gehört. Ich habe keine schmatzigen Füße. Doch hast du wohl. Jetzt schlägt mein Herz wie wild. Was machst denn du? Kannst du aber halt nicht so eine Nahaufnahme von mir machen? Also wir sehen... Liebst du mir so wichtig? Nein, grad nicht. Nein! Nur jetzt? Oh. Und zum 5000 schmal! Wieso? Es geht darum, du musst dir weg. Oh. Das ist einfach so. Das ist einfach, weil du die ist so. Das kannst du auch mal machen. Aber du bist so. Hör auf jetzt! Oh Mann, Hase! Wo ich geschrien hab. Konntest du mir jetzt bis in den Magen runter gucken? Im Magengewicht, ja. Du bist so dumm. Was war das denn bitte? Hase, nein, nein, geh weg! Ist das denn? So ein Arsch! Er hat mir ein Eisboppel in den Ausschnitt geworfen. Hase, geh bitte einfach! Was ist denn? Das wird noch ein lustiger Stream. Was ist denn? Jetzt aber schlecht fangen. Nein, geh! Ich hab ihn noch gar nicht. Geh! Warte, bitte! Geh! Danke, du bist eh grad so warm. Darf ich jetzt? Was schiebst du dich noch mal denn nach hinten? Ich krieg's nicht! Hau lang jetzt! Wo muss ich hin? Ja, okay. Geh, mach die Küche, so wie sie es gehört. Was? Nein! Nein, 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 nein! Nein! Komm doch, bitte! Oh, 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 oh! Lass mich! Ah, gut. Ah, Mama! Ich mag nicht mehr. Die Stelle hasse ich. Okay. Schweetsch. Das war nicht so gedacht. Mein Kanal. Nein! Oh Gott. Nein, 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 nein. Du gehst weg. Nein! Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Was der... Nein, nein, nein. Oh Gott, hey. Nein! Verdammt! Nein! Nein! So langsam deprimiert mich dieses Spiel. Ich komm weiter! Ich komm weiter! Bis zum nächsten Mal! Genau! Einfach abonnieren und das Glöckchen drücken und dann kriegst du Nachrichten, wenn ich's tue. Nun auf ruhig, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Damit ich mitte und bis zum nächsten Mal! Ich wayne den Trenden, bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.